Eins, zwei, drei. Eine alte Frau hat sich schlecht gefühlt. Gefühlt, richtig. Gefühlt, ja. Sein, ihre Schwiegertochter, der Arzt, der Arzt, richtig. Wenn der Arzt kommt, wenn der Arzt, если, nee, когда, als, als der Arzt gekommen ist, когда der Arzt пришел, er, wie soll ich, liegt, perfekt, er hat seine Tasche auf dem Tisch, geliegt, положил. Er findet seinen Wiesit, er begann, er begann sein Wiesit, das ist deutsches Wort. Das ist deutsches Wort, Wiesit, nein, das ist französisches Wort, aber, ok, er begann seinen Besuch, richtig, mit, mit Kontrolle, mit der Kontrolle, mit der Kontrolle, Blutdruck, Blutdruck. Er begann seine Kontrolle mit der, mit dem Blutdruck, ja. Mit dem, mit dem Blutdruck. Diese Frau hatte große Hochfieber, ja, Hochfieber, und sie hatte, das Fieber, sie hatte Bauchschmerz, und Muskelschmerzen, Muskelschmerzen, Muskelschmerzen auch, und vielleicht sie hat, ähm, Grippe. Vielleicht hat sie Grippe, was hat er ihr verschrieben? Der Arzt hat ein Rezept. Ja, das Rezept verschrieben. Und, ähm, ähm, äh, 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 heißen Tee trinken und dreimal pro Tag die Tablette nehmen. Ja, schlucken. Glattat wird schlucken. Schlucken. Glattat und dreimal Tabletten schlucken. Sehr gut. Sehr gut. Gut, noch einmal. Wir wiederholen die Präpositionen Akkusativ und Dativ. Richtig? Gut. Also, in mit Das ist in. In an auf unter Das ist über und dann unter. Über, unter. Weiter. Ja, vor neben. Neben. Das ist hinten. Oh, nicht hinten. Hinten. Ja, neben. Zwischen. Zwischen. Danke, Marine. Wir haben die Präpositionen wiederholt. Das ist sehr überraschend. Also, wie heißt dieser Finger? Der Daumen. Der Daumen. Wie heißt dieser Finger? Der Zeigefinger. Ja. Wie heißt dieser Finger? Der Mittelfinger. Der Mittelfinger. Okay. Wie heißt dieser Finger? Der Ringfinger. Und das? Der Kleinfinger. Kleiner Finger. Und das ist alles? Wie heißt es? Das ist es? Die Hand. Die Hand. Das ist die Hand. Und was bedeutet, Ich drücke dir den Daumen. Verrażenie. Ich drücke dir den Daumen. Was bedeutet das? Okay. Ich zeige. Eins, zwei, drei. Ich drücke. Ich drücke dir die Daumen. Das ist der Daumen. Richtig? Ja. Die Daumen. Drücken. Das heißt, Ich drücke dir den Daumen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich drücke dir den Daumen. Bedeutet, Ja, schau dir die Daumen. Oh. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Immer. Wenn der Mensch zum Beispiel Examen hat, eine Prüfung hat, du kannst sagen, Hendrik, ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Das sind die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Wiederhole bitte. Ich drücke dir die Daumen. Ja. Ich drücke dir den Daumen. Richtig. Ja. Man kann so sagen, ich drücke dir den Daumen oder ich drücke dir beide Daumen. Aha. Interessant. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke dir die Daumen. Sehr gut. Und was ist das Auge um Auge, Zahn um Zahn? Oka za Oka, Zub za Zub. Was ist das Kopf hoch? Ich drücke die Daumen. Wiesche головu. Was ist das? Ich bin ganz Auge und Ohr. Wiesch beim Niemann. Sehr gut, Marina. Das ist gut. Schau bitte dieses Bild an und sage mir bitte, welche Bilder du kennst. Unter Nummer 1, 2 und 3. Was ist das? Das ist? Das ist ein Bauch. Richtig, das ist der Bauch. Weiter, Nummer 2. Das ist ein Zeigefinger. Richtig, Zeigefinger. Was ist das? Das ist ein Auge. Auge. Nummer 4. Das ist die Zunge. Die Zunge, richtig. Ja, das ist ein Ohr. Oder das Ohr, die Ohren, richtig. Nummer 6. Das ist ein Bein. Ein Bein. Nummer 7. Das ist ein Hals. Nominativ, ein Hals oder das ist der Hals. Der Hals. Der Hals. Das ist die Finger. Die Finger oder die Hand. Die Hand, richtig. Was ist das? Das ist der Mund. Der Mund. Gut. Was ist das? Die Zähne. Die Zähne. Das ist das Gesicht. Das Gesicht. Das ist die Haare. Das Haar, die Haare. Richtig. Das ist der Arm. Der Arm, die Ärme. Gut. Ruki, Ruka. Das ist die Nase. Die Nase. Das ist der Fuß. Finde bitte auf dem Bild Ellbogen und schreibe bitte. Wo hast du geschrieben? Mit einer L. Ellenbogen. Nein, mit zwei L. Ellenbogen. Ellenbogen. Ja. Mund, die Zähne. Die Zähne, der Mund. Die Nase. Gesicht. Das Gesicht. Das Gesicht. Die Brust. Der Rücken. 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 Sehr gut. Sehr gut. Nabel. Was kennst du noch? Uns sollen vielleicht auch. Uns sollen. Nein, das ist nicht auf der Vorderseite unseres Körpers. Keine Bauchnabel. Das ist falsch. Ja, das ist falsch. Gut, falsch. Das Kinn ist im Gesicht. Das ist das Kinn? Kinn, ich weiß nicht. Ist das richtig? Ja, ich zeige dir. Das ist das Kinn. Ah, das ist das Kinn. Ja. Ja, das ist im Gesicht. Das Gesicht. Das Gesäß ist vorne am Schöpfer. Ist das richtig? Gesäß. Das ist das Gesäß. Äh, äh, am Körper. Ich verstehe nicht. Also, das ist falsch. Falsch, ja? Also, das ist das Gesäß. Und das ist nicht vorne am Körper. Richtig? Das ist das Kinn. Ja, gut. Dankeschön. Warum wäre eine Katastrophe, wenn der Hahn schlapp macht. Ja, frage bitte. Frage bitte über die, äh, zum Thema, zu diesem Thema, deinen Mann. Okay. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Schönen Tag noch. Tschüss. 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 Vielen Dank.